Am Boden von Stida mit und von Linda Stempel Sie werden sich vielleicht schon gedacht haben, dass Linda für ihr Alter richtig sehr erwachsen aussieht Das liegt daran, dass der Jahrgang im Programm HIP falsch abgedrückt wurde Sie ist nicht zwölf, sie hat den Jahrgang 88 Trotzdem jung geblieben Die zweitbeste Elite-Turmerin der Schweiz am Boden Linda Stempel Die zweitbeste Elite-Turmerin der Schweiz am Boden